Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute geht es tatsächlich doch nochmal weiter mit TypeScript. Ich weiß nicht, ob ihr letztes Mal so genau zugehört habt, aber wir machen tatsächlich jetzt diesmal doch nochmal weiter, obwohl ich es eigentlich anders vorhatte. So, was wir machen wollen ist was komplett anderes. Das heißt, ich gab mal diesen Hund hier ein und wir wollen uns ein Inum erstellen dieses Mal. Inums sind ziemlich cool, weil sie machen euch sozusagen das Leben lesbarer und leichter und deswegen mag man sie eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, für Außen macht es eigentlich von der Funktionalität her keinen Unterschied. Ihr könnt natürlich alles mit Klassen machen, ihr könnt auch alles im Endeffekt mit Funktionen machen. Ihr könnt auch Variablen benutzen, aber Inums machen das Ganze halt einfach ein bisschen lesbarer. So, ein schönes Beispiel würde ich mal so sagen ist ein Inum, also es hat tatsächlich ein eigenes Schlüsselwort namens Richtung. Oh ja, vielleicht sollte ich ein Leerzeichen einfügen. So, und jetzt kommt hier auch wieder, wie bei einer Klasse auch, einfach diese geschweiften Klammern auf und schon sind wir soweit. So, jetzt können wir sagen, wir haben mehrere Werte in diesem Inum drin. Also ein Inum ist eine Enumeration, steht für Aufzählung. Das heißt, wir haben hier einfach mehrere Werte drin. Zum Beispiel Up, dann gibt es noch Down, Left, wobei wenn wir schon beim Deutschen sind, sollte ich vielleicht auch hier beim Deutschen bleiben. Hoch, runter, links und rechts. So, okay, was ist jetzt hier passiert? Wir haben sozusagen einfach nur vier Werte uns eingespeichert und jetzt können wir diesen Hund erstmal, keine Ahnung, auskommentieren oder sowas. Und jetzt können wir hier drin sagen, wir wollen zum Beispiel Richtung Punkt und jetzt haben wir sozusagen hier vier Werte, die wir benutzen können. Einfach vier Werte, die sind super gut für den Switch Case zum Beispiel, kann man sehr, sehr schnell und sehr, sehr übersichtlich auch damit umgehen. Also zum Beispiel hier einfach Richtung Punkt hoch und was ich jetzt hier drin habe, ich muss eigentlich den Wert gar nicht wissen, aber es wird automatisch in Integer Wert umgewandelt, nämlich in 0. Und das ist tatsächlich cool eigentlich, weil ich muss, wenn ich Richtung Punkt hoch irgendwo zuweise, muss ich nicht wissen, was das ist, also was der Wert dahinter ist. Aber ich weiß Richtung Punkt hoch, das ergibt für mich irgendwie so Sinn als Mensch. Aber der Compiler sagt einfach, hey, ich mache da draußen eine Zahl, ich sage da einfach für den ersten Wert hier oben 0, dann 1, 2 und 3. Und das nennt sich, es sind sogenannte Konstante Enums oder Konstant Enums. Ich kann hier aber auch einen anderen Wert eingeben, also zum Beispiel ist gleich 1, ist gleich 42 und so weiter und so fort. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, ich lasse die unteren beiden mit Absicht frei, was rechts wird, dann können wir uns mal wundern, was dabei rauskommt. 44, wie kommt es da drauf? Na ja, man hat einen Konstant Enum, wenn der Wert oben drüber auch Konstant war und hier kein Wert angegeben ist. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, links ist ein konstanter Enum. Und was ich dann berechne, ist einfach der Wert, den das Element davor hatte, sprich 42 plus 1. Also hat links den Wert 43 und rechts hat den Wert 44. Eigentlich total einfach, wenn ich diese 42 hier rauslasse, und das ist gleich natürlich auch, dann komme ich hier bei einem Wert von 4 raus. Das heißt, ich habe hier oben einfach bei 1 angefangen zu zählen, der Standard ist hier einfach bei 0 anzufangen. Und ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Und was ich jetzt natürlich machen kann, ist, ich kann diesen Wert hier einfach überall zuweisen. Das heißt, ich muss hier nicht mehr sagen, der Hund hat Richtung Punkt rechts, äh, der Hund hat nicht drei Beine, sondern er hat Richtung Punkt rechts Beine oder sowas. Keine Ahnung, irgendwelche solchen komischen Dinge kann ich da machen. Und in den meisten Fällen macht dann so ein Inam einfach zum Lesen viel, viel mehr Sinn. Ich kann damit super Switch Case machen, das ist super effizient, alles drum und dran. Aber es ist natürlich für uns Menschen einfacher zum Lesen, als wenn ich mir irgendwelche komischen Binärwerte oder sowas merken muss. Das heißt, wirklich hier einfach nur für euch was sozusagen syntaktischer Zucker. Okay, das war es von meiner Seite auch schon wieder. War ein recht kurzes Video, aber ich glaube, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!